Achtung! Dieses Strandoutfit ist verboten heiß. In einem knappen feuerroten Bikini heizt uns Carina Walz auch im kalten Deutschland ordentlich ein. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem Pop-Titanen Dieter Bohlen, genießt die 35-Jährige einen kalten Drink bei heißen Südseetemperaturen. Abkühlung könnten bei diesem Anblick allerdings auch wir vertragen. Carinas Baywatch-Look ist mehr als sexy. Üppiges Dekolleté, Sonnengeküstertin und ein stahlhartes Sixpack. Ihrem durchtrainierten Körper sind die zwei Schwangerschaften mit den Bullensprösslingen aber auch wirklich nicht anzusehen. Da wundert es uns nicht, dass auch der DSDS-Juror sichtlich angetan ist von seiner Carina. Egal ob beim Wasserskifahren oder an einer Palme, selbst als kleiner Kletteraffe macht die 35-Jährige eine reizvolle und galante Figur. Das seit 2006 liierte Paar scheint sich dabei prächtig zu amüsieren. Gemeinsam haben sie auf den tropischen Malediven in das neue Jahr gefeiert. Doch bei diesem Wahnsinnskörper muss sich Carina zumindest in Sachen Sport keine Neujahrsvorsätze vornehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.